Ich arbeite bei Alfa, Alfa-Titel. Ich arbeite bei Alfa. Als ich meine Tasche hinstellen, meine Schuhe aus, die Arbeitsschule abstempeln, dann mache ich meine Arbeit weiter. Ich verpacke die großen Kartons in einer Waage. Dann packen wir die Schrauben in den kleinen Kartons rein. Die Kartons zu kleben. Wir helfen immer gegenseitig. Ich war nicht auf Schalke, habe die Teller abgeräumt. Die Teller abgeräumt habe ich ein paar Mal. Das war so anstrengend. Ich habe gesagt, komm, in der Alfa und guck dir das an. Dann bin ich hier geblieben. Hallo, mein Name ist Michael Gotts. Ich bin der Job-Coach. Ich habe fünf Beschäftigte hier am Arbeiten. Das ist bei Alfa-Bübeln. Ich mache mir mal klar und verpackt, dass die Leute dabei sind. Das ist schon alles in Ordnung. Wenn man sich ein Problem haben oder sonst was. Da wird dann alles gesprochen. Dann sind die Anleiter vor Ort. Die Betriebsügelte Arbeitsplätze ausraten, den Werk da zu arbeiten. Mit normalen Firmen zusammen. Die Menschen ohne Behinderung arbeiten. Wir arbeiten auch sehr gut für Menschen. Wir reden oben zusammen. Mit der Vision auch ein bisschen. Wir haben uns sehr gut gemacht. Das war Spaß beim Arfa zu arbeiten. Aufpassen mit einem Grak男 Moto. ... ... ...